Nummer 30, Berlusconi, ein deutscher Hengst von Timberland aus der Innocence. Timberland ist und bleibt als Vererber natürlich in erster Linie durch Brioni in aller Munde. Er zeichnet aber auch unter anderem als Vater des im Berliner zweijährigen Auktionsrennen triumphierenden Livingston verantwortlich. Berlusconi ist ein Halbbruder zu Isildur, der erst unlängst noch im Rahmen der diesjährigen Derbywoche ein Rennen gewinnen konnte.